Jo, servus! Sebastian hier von DEVCORP Modellbau und willkommen in meinem Modellbau Bunker. Ja und in einem heutigen Video möchte ich euch mal wieder einen neuen Bausatz vorstellen, den ich gütigerweise von jemanden gesponsert bekomme, der natürlich seiner Mama einen riesen gefallen tun möchte, indem er ihr dann eine große Segelfregatte schenken möchte und deswegen möchte ich denjenigen kurz vorstellen, das ist der gute Martin Jan, der ihr, wie ihr euch bereits vielleicht erinnert, der hat mir ja damals schon mal so einen Plastikbausatz, so ein kleines US Navy Boot geschenkt und er wird mir quasi den kompletten Bausatz finanzieren und ich werde dann im Anschluss, wenn das Boot fertig ist, mit dem guten Stück im Gepäck zu ihm hinfahren und dann machen wir aber eben die feierliche Übergabe. Ja und kurz noch zu den Details, das coole Stück wird im Maßstab 1 zu 70 sein, wir haben eine Gesamtlänge von 1 Meter und 2 Zentimetern, also 102 Zentimeter, wir haben eine Gesamthöhe von 87 Zentimeter und eine Breite von 43 Zentimetern. Natürlich kriegen wir wie gewohnt bei solchen Etappenbausätzen natürlich Holz- und Metallkonstruktionsteile, also sprich schon vorgeschnittene Holzteile, wie zum Beispiel Spanten und alle Schnickschnack drumherum. Diverse Holzleisten, die wir später verplanken und alles mögliche brauchen. Natürlich auch Gussteile, wie zum Beispiel für die hintere Galerie dann. Ansonsten bekommen wir natürlich wie gewohnt auch Takelage und Segel und Lafetten und Kanonen. Zur Bauanleitung natürlich, diese ist erstmal nur als digital verfügbar, sprich als PDF. Ich hoffe natürlich, dass sie noch als Papierform nachgeliefert wird, das wäre natürlich echt genial, da ich doch nicht immer Bock habe, einen PC anzumachen zu müssen oder mir die Dateien erst aufs Tablet ziehen zu müssen. Und ja, ich werde euch im Anschluss an dieses Video noch mit ein paar Bildern kurz Revue passieren lassen, damit ihr ungefähr mal seht, was das für ein gutes Stück ist. Mir natürlich wird es natürlich einen riesen Spaß bereiten, mal eine französische oder ein französisches Schiff zu bauen, da die ja doch von der Konstruktion etwas, also vom Aussehen her finde ich, anders aussehen. Also mit diesem geschwungenen Schlängel da vorne dran, das ist mal was anderes. Ja, mir wird es natürlich denke ich am Ende ein bisschen wehtun, wenn man dann seine Handarbeit abgeben muss. Aber ja, ich weiß sie in guten Händen und dass ich sie, denke ich, dann auch jederzeit besuchen kann. So, ansonsten noch, wann werde ich diesen Bausatz immer vorstellen? Ja, das Unboxing der einzelnen Pakete werde ich wahrscheinlich wieder nur, wie bei der Gorch Fock, für meine Facebook-Fans auf der Seite facebook.com.devcorp-Modellbau. Da wird es nur die Unboxing-Videos geben, ja. Und die richtigen Bauvideos, wie ihr sie bereits von diversen Modellen meinerseits kennt, werde ich wahrscheinlich am Mittwoch oder am Donnerstag, aber das weiß ich noch nicht genau, werde ich die dann immer veröffentlichen, ja. Und an dich, Michael, von unserer Facebook-Seite Sammelserie Hachet. Wir werden, denke ich, zusammenbauen. Hoffe ich doch, weil dann können wir uns gegenseitig mit Tipps ausstatten. Und ja, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als Ciao zu sagen und mich natürlich zu freuen, wenn ihr pünktlich reinschaltet, wenn es dann losgeht, denn ich habe bereits bestellt und das erste Päckchen müsst ihr die nächsten Tage bei mir eintreffen. Also, haut da rein, tschüss und jetzt gibt es noch, wie versprochen, die Bilder der Soleil Royale. Also, bye-bye, ciao, euer Sebastian von DevCorp Modellbau. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.